Ah ja, Leute, nee, mir geht's gerade echt nicht so besonders gut. Ich weiß nicht, was jetzt gerade ist, aber wir werden das Spiel jetzt einfach mal beenden. Nein, ich war nicht auf Toilette. Ich glaube, Sammy hat gerade, der hat da draußen versucht hinzukotzen. Ich glaube, ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber irgendwie war dem gerade nicht so, auch nicht so gut. Hm? Was ist denn hier los? Puh, Leute, nee, das tut mir echt furchtbar leid. Also, ich hätte gerne länger gespielt und so weiter. Und Judo, was ist denn eigentlich mit dir los? Du bist ganz komisch. Hm? Sammy möchte nicht geknuddelt werden. Knuddel... Thanks. Thanks.